Der Tod wartet auf niemanden. Auf mich wartet aber noch ein Todesfall. Sie sind der Corona, richtig? Ja, Jenny Cooper. Erstmal keine Anzeichen für Fremdverschulden. Was fühlen Sie, Jenny? Wut? Du liebst ihn noch. Haben Sie Ihre Schwester getötet? Corona. Fachgebiet Mord. Staffel 3. 17. Juni ab 20.13. Auf 13th Street.